Heute ist keine DSBL. Heute ist keine CEL. Wir haben... Bordos, schön gemacht. Und jetzt großes Gemetzel. Großes Gemetzel hierzu. Heisenberg. Alter, jetzt hier AWK on Fire gerade hier. Und trotzdem hauen sich jetzt gleich zwei Teams so richtig schön in die Fresse. Gut gesehen. Bordofrist. Zwei gehen down. Schön geregelt jetzt hier. K-Sonic das Wetter machen. Schießt von hinten in den Rücken. Das hat man vorher gesehen. Aber der Gitter down hier. Über Longscope von Ace. Gut gemacht hier. Durch die halbe Map geschossen quasi durch den Jäger. Interessant. Zieh den noch. Sieht gerade alles danach aus. Das Ouroboros. Das war's. Hier, jawoll. Mit diesem Kill von Heisenberg ins Finale beim TMA Cup schießt. Da hätte keiner mitgerechnet. Was für ein Abend. Nice. GG an beide Mannschaften. Aber wie gesagt, Ouroboros schickt hier den deutschen Meister. Und das macht AWK kacke. Ich wollte ihn hämmern! Ich wollte ihn hämmern!